Hallo, mein Name ist Sandra Heim von Mama Revolution und ich bin eine Mutter der neuen Zeit, weil Mutter sein für mich ein heiliger Auftrag ist. Wir sind dazu da, um das Licht und die Individualität unserer Kinder zu beschützen und ihnen den Raum zu geben, dass diese Individualität sich frei entfalten kann. Und unser Auftrag ist es, Nein zu sagen, wenn Schulbildung oder Schulmedizin dieses Licht rauben wollen. Deswegen bin ich eine Mutter der neuen Zeit.